Hallo und willkommen zu einem neuen Let's Play von Let's Play Force und wir spielen Sabot 3-1-1 Squad-Dead-Match. Mit dabei heute der Snickers Ranger, unser Neonatore, Vela Fuego, fragt mich nicht wie weit das ist, ich weiß es nicht, und unser Neon-Radar hier. Und damit würde ich auch sagen, packen wir die Knarren aus. Alter, was ist das denn jetzt schon wieder für ein Fail? Und ja, Neon-Radar ist natürlich jetzt ins Gegner-Team gelandet und der wird so ein Snipen und ja. Ey, das ist doch voll die Kacke. Voll der Bobby hier. Oder wir gehen alle, lass mal alle in Delta-Squad gehen. Drückt auf Start, Team-Setup und dann geht ihr einfach hier irgendwo anders hin. Was? Geht nicht. Ne, das geht nicht. Neon, du kannst zu uns. Wenn es nur gehen würde. Ne, der ist im Gegner-Team, man kann gar nicht. Okay, jetzt kann er nicht mehr. Nein, weil, guck mal, das ist doch da. Man kann es, man kann es. Ihr seid nur ein bisschen heute nubig, um es zu machen. Und ich würde mal sagen, wir spawnen Leute und machen die Leute ja kalt. Oh ja. Es leckt schon wieder ein bisschen rum bei mir, also nicht wundern. Okay. Watt? Ja, tut mal Start. Oh ja. Das ist böse. Aber ist eigentlich scheißegal. Komplett egal. Ja, mir ist es auch scheißegal. Dann haben wir ein bisschen mehr Chance. Die haben schon ein Kill. Warum war schon ein Kill? What the fuck, man, was ist das für die Scheiße? Das ist so ein Klima. Nein, 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 nein. Ich bin schon voll auf. Ich kriege die Paare ab. Alter, ich lach. Zum Zweifel sind die hier unten. Ja, hier oben. Oben? Ah, dann campen die jetzt oben. Ah, das ist ja fattig, du wirst nicht verarschen, die sind oder was. Echt? Ich habe einen auf jeden Fall getötet. Nummer zwei, aber ich habe zwei. Was? Ich wusste jetzt nicht, wer das war. Ich habe, ehrlich gesagt, keinen einzigen Gegner hier gesehen. Ich schon, zwei Stück. Aber der hat mich abgeknallt. Was ist das denn? Äh, du rennst auch falsch. Die sind auf jeden Fall oben. Okay, an der... Und dann links waren die eben. Am Ende der Map waren da hin. Das ist nicht EO Radar oder? Alter, wilde, wie falsch. Vom wo denn? Wichser. Geh runter vom Dach, du Pisser. Zwieg mich. Ah, ich bin nicht auf. Warum... Warum nicht auf? Zäh. Oder, ach, doch. Ach, doch. Ich bin ein Karakter, Toreater. Ja, ich bin ein Karakter. Ja, ey, das ist so nett. Alter. Ja, nee, ist klar, Junge. Ich stand da hinten. Ich fisse ich. Woe, was? Ja, das ist doch nicht alles. Woe! Reingestehen, ey. Alter, es rennt grad gar nicht zu schnell. Meine Aufsberallkarte sind angekommen! Die Verlade! Scheiße, Gegner und find keine. Wenn ich einen finde und in den Anschluss bin, dann wird der mir geklaut und dann wird der mir gerade getraut und zack. Bist du die an? Scheiße, wir haben gerade die Führung verloren! Los jetzt! Ich kann aufhören hier, ey. Scheiße! Shit! Wenn man hoch ist, dann kann man hier... Ja, ich weiß, wie man sich abgeschoben. Jupp! Aber ich werde das machen. Warte! What the fuck, Alter! Ich find die Scheißwixler nicht! Ich bin auf dem Eck! Hättest du mal sagen können, wo der ist? Ja, ich wusste ja auch, dass du hinter mir stehst, ne? Ja, ich bin auf dem Ding mit. Ein bisschen blöd. Hab gerade was aufgefunden, dass man mit einem LMG snipen kann. Alter, du kriegst auch viele Dinger dafür freigeschalten, ne? Von der Entfernung. Wow, 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 wow! Was? Willst du mich verarschen? Steht der vor mir? Alter, gar nicht... Ich komm irgendwie grad gar nicht klar. Gar nicht klar? Das Let's Play lösch ich, Alter. Hier ein 06. Was? Das gibt's nicht! Was? Was? Ich hab dich schon verflügelt. Als ich in die Hunde kam, hab ich dich schon gesehen gehabt. Ich will mir da fett ins Geheim. Oder was? Ey, das ist ein Kill. Das war die Rache. Laufzuschießen, auch immer der... Nein! Alter, drei Prozent! Meine Racks habt ihr aber gefressen, Alter! Nicht wahr, Neo? Das Nickers, er ist immer nur oben, die kleine Schlange. Alter! Schon wieder... Er ist schon wieder oben, ja. Neo, kannst du verliegen? Alter! Nee, der hat mich gekriegt. Der Airblast. Ja sicher, mit der Airblast geht's ja leider. Da ist er so drauf. Das wird ja auch hier Zeit. Alter, ich komm hier nicht vom Faction wieder. Das ist ein Scheiße, let's play. Oh ja. Kann ich euch sagen. Und zwar, weil der Neo schon wieder hier in der neuen Ecke rumkommt. Ja, Alter, ich... Wenn ich vorge... Ich hab das nur mehr. So wie er zumindest im Kilo erzählt. Nö! Die beiden! Die beiden! Die beiden! Die beiden! Ah, ich camp auf dem Boden und bin ne Nutte! Ja, nicht ich hier. Dieser Gegner, der sich auf dem Boden legt, weil er so ne Schlampe ist. Alter, die Gegner sind doch alles Schlampe. Ja. Und du ganz besonderes. Du ganz besonderes, wenn der Brinkler den Namen ist. Ja, ich hab das. Deswegen mögen wir uns ja auch so. Nein, warte. Drei eins! Da frisst meine Granaten, Wixer! Da hast du wohl so gedacht, kleiner Frisser hier. Läufend. Da steht einer in dem Scheiß Busch, Alter. Ja, das ist der selber wie vorhin. Den hab ich ja. Haaa. Alter, das ist jetzt glücklich nicht ohne hier. Ja, die Web ist schon mal scheiße, wissste. ob es dann auch... um... 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 Kack! Iiii... Nein, nein! Verlangen hab ich nur nicht nur gekriegt, ich hätte Sprinten. Die Runde ist... Für'n Scheiß. Wie trage ich das Arsch? Ich muss sagen, mein Sprint macht sich gar nicht so schlecht. Nein, ich fühl's auch. Ja, wir haben Rufus-Sniper. Ja, wir haben Rufus-Sniper. Wir haben Rufus-Sniper. Wir haben Rufus-Sniper, oder? Ne. F*** jetzt! Alter, wie sehr den runter gibt schon, Alter, der tot sein müssen. Ich will nicht sterben! Ich will nicht sterben! Halt! Hauptsache ich heiße Jekyll, äh... Unterstrich 8, äh... kleiner Strich 4. Was soll das überhaupt heißen? Irgendwas dummes! Wahrscheinlich. Überleben. Ich muss gerade einfach nicht zum Überleben. Überleben, das ist etwas, was hier... Nicht wirklich. Ah, doch, doch. Voll dir und die andere. Eine Ticket-Ton. Nein, nicht auf! Du lachst immer abdrücken, ich hätte es nur mal abdrückt. Hätte ihn gehabt, Jun. Ja, doch, der ist jetzt eher einfach gut, Jun. Fuck! Ich will nicht locken, oder? Alter, was soll ich denn? Warum kann ich hier nicht draufklettern? Neo, mach die Luke auf! Aber flott! Neo, mach die Luke auf! Ich weiß nicht, was der Luke ist! Mach die Luke auf! Mach die 6 Luke auf! Neo! Welchen Luke redest du? Den Neo ohne Rad an! Er ist ja oben! Oh, ja genau! Ich sehe nichts und besieße mich an! Ich weiße! Immer einer! Dann hat er mich getötet! Der Sonnenre mit dem Dich-Gnabler gegen den Fütter! Oh nein! What the fuck! Nein! Den Ruder! Alter Scheiße! Hauptsache, er hat den ganzen Rex-Magazin in seine Knie reingeballert, weil ich nicht zielen konnte! Ah, Neo! Geht mit dem Arsch! Was machst du denn da? Komm sofort wieder her! Ich hab dich aber gehofft! Und ich werd schon wieder geholt! Von so ner Mütte, die Jack 8-4 heißt! Da sind alle auf dem Dach! Da muss ich sie immerhin wo einhabe! Aber die sind alle auf dem Dach! Ja! Alter, alter, alter! Ja, und so endet das hässlichste Let's Play, was wir je hier auf Battlefield gemacht haben, weil... Ja, weil das einfach nur behindert war! Ach, ich bin negativ! Scheiße! Ja, ich auch! Und frag dich mal warum! Weil so eine kleine hässliche Nutte einfach nur auf dem Dach pümmeln musste! Und elf zu sechs machen musste! Na gut, Leute! Das war's mit diesem Let's Play! Bis zum nächsten Mal! Ah, jetzt ist er bei unserem Team Let's Play, ne? Das wollen wir hoffen, alter! Bitte nochmal alle grüßen! Bye, ciao! Bye, bye, ciao!